servus und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ls 19 auf der einen nordfrischen marsch vierfach einen wunderschönen guten tag wünsche euch ja in der letzten folge haben wir ja den panther auf das zugruppenfeld geschickt und jetzt ist er voll jetzt müssen wir ihn abdanken aber dafür müssen wir noch einmal einen anhänger kaufen weil der andere ist ja im einsatz und jetzt schauen wir mal wo es erst auf dem gibt na die stand einfach bloß man und dann passt das so jetzt war mal schnell mit dem das holen dann müssen wir noch wie viel haben wir schon da drin uch das sind 115.000 liter kompost schon drin den kämmer dann in der folge verkaufen und dann schauen wir mal wie viel geld mehr zusammenbringen wo ist momentan der preis für das preis für kompost bei 561 der steigrot ja das ist genau perfekt aber jetzt gehen wir mal den links aus lernen jetzt wohl falsch gedruckt aber das macht nix so los sind er tut noch immer abmähnen aber dann muss halt gleich fertig sein und der drescher ist auch schon wieder zum abdanken ja auf dem projekt glaube ich geht uns die arbeit nie aus und dann geht es auch mal weiter zu dem zuckerrüm damit der mal fertig wird und dann dann ist eh wieder fällt da weiter und gesagt also sprich dünge sehen und so weiter aber bis das soweit ist müssen wir mal abein das dauert noch machen jetzt dann anhänger gibt es im montag uiuiuiuiuiuiuiui klar das ist es warum es nicht so gut ja Wo ist das noch ein Moment? Ja, einfach da einmal weitermachen. Dann tun wir das einmal zu den Schweinen. Dann messen wir den Drescher. Und den. Wo ist er denn? Wo ist er? Dann tun wir den einmal abtanken, damit der schon wieder weiter dreschen kann. Weil das ist wichtiger. Dann tun wir den Strohsammler abtanken. Und dann tun wir die Zuckerrüben wegbringen. Und dann sind eh eigentlich wieder alle im Einsatz. Und dann können wir den Bus verkaufen. Lassen wir den dabei abtanken. Dann fangen wir mit dem schnell zum Lager. Oder schmeißen wir den schnell bei den Schweinen ein. So. 30.000 Liter Zuckerrüben. Oh, 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 das ist ja ein bisschen. So. Dann. Ich würde sagen. Fahr mal einmal. Dann. 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 mal bei der mauer jetzt geht sie aus dann brauchen wir noch einmal entmisten aber jetzt vorher das schnell auslernen und den ender auslernen das hängt na wo hängt sie jetzt so jetzt habe ich falschen knopf gedruckt aber jetzt sind bin ich da wieder so der meer ist fertig er ist fertig zack zack das hat er zwei stehen gelassen aber das macht ja nichts jetzt müssen wir noch den bahn da der steckt da wieder fest kollege 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 So, der Kollege kann jetzt weiter fahren. Oh. Noch das einmal. Jetzt gehen wir den ab. Dank dann der Stroh. Dann messen wir die Schweine entmisten und dann gehen wir den Kompos verkaufen. So, denken wir jetzt ein Slogger oder zum Komposter bringen. Dann bringen wir den Anhänger noch ins Lager, den Rest geben und glaube ich alles in Komposter schmeißen. So, dabei werden wir dort die schnell ausmisten. So, den haben wir jetzt und wieder Ah, den fahren wir wieder weg. Wo haben sie auch noch genug? Das passt. Das passt an. Er macht irgendwas. Den können wir jetzt auch wieder unter das Tor stellen. Dann kümmern wir uns gleich um das Ding. Um den Stroh Abfahrer. Fahrer, oi. Das hätte jetzt nicht sollen. Ich hätte sollen das hinterherzast. So, jetzt kümmern wir zuerst das hintere und dann das vordere. Und dann geht's auf zum Komposverkaufen. So. 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 Dann fangen wir das da her. Dann bringen wir das wieder zum Feld. Und dann müssen wir schauen, was wir als nächstes zu machen haben. Aber das ist ja gleich. So. Lass da noch einsteigen. Viel Spaß. Der braucht noch eine halbe Stunde. So. So. Das ist Dings. Dann müssen wir einmal schauen, was das für Dings kostet. Da haben wir den und den war er noch dazu. So. So. dann fahren wir einmal mit dem Dings den Zettel holen. und den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Okay. So. Da sehen wir schon den Schwader und den Zetter. Nehmen wir erst einmal den Zetter. und dann passt das. Ja. Jetzt müssen wir den auch noch entleeren, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da, schreibt es dann im Kommentar und dann sehen wir wir uns in der nächsten Folge. Bis Seimusquad. Ciao.